Ich habe Papierditz dabei. Da kannst du Daumenkino draus machen, das ist Daumenkino, das ist für Kreative, kannst du einen Bleistift, ne, und dann alles noch. Da sind noch mehr drin, cool. Da sind Daumenkino, oh ganz viele Daumenkinos, schau mal. Nichts Daumenkinos, das sind Bilder. Nein, Daumenkinos, guck mal hier. Ich sehe nichts da drin. Da haben wir Daumenkinos. Du mit Daumenkinos.